Na, war gut gestern in Spandau? Ist ein bisschen lang geworden, ne? Wer warst du? Glückstreffer. Oder? Hallo, ich bin Florian Prokop und wir sprechen heute darüber, wie es ist, wenn Leute mit Apps ihre Mitmenschen ausspionieren. Es gibt viele Motive für die Installation von Spionage-Apps auf fremden Smartphones. Kriminelle, die an deine persönlichen Daten wollen oder die Regierung, die ihre Bürger ausspionieren möchte. Oder Regierungen, die andere Regierungen ausspionieren möchten. Und dann gibt es noch Menschen, die ihre Mitmenschen kontrollieren wollen. Dazu gehören zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder auf Schritt und Tritt verfolgen, ebenso wie eifersüchtige Partner. Überwachung, Fürsorge, Überwachung, Fürsorge. Die App FlexiSpy richtet sich genau an diese fürsorglichen Menschen und verspricht Zugriff auf alles, was so ein Smartphone an Features hat. Mikrofon, Anrufe, Messenger, Aufenthaltsort, Fotos, besuchte Websites, alles. Für nur 70 Dollar im Monat können sie ihre Liebsten mühelos überwachen. Äh, auf sie aufpassen. Gruselig, oder? Wir haben mit Max Hoppenstedt gesprochen. Er hat für das Tech-Magazin Motherboard Menschen interviewt, die die App anderen ohne ihr Wissen untergeschummelt haben. Wenn wir über Überwachung und Spionage reden, dann reden wir halt immer darüber, was die NSA oder das BKA oder der BND so können. Und das ist natürlich total spannend und wichtig, sich das anzugucken und zu recherchieren. Aber die Überwachung, die in einem viel häufigeren Ausmaß stattfindet, ist halt tatsächlich so was wie Stalkerware und Spyware in einem häuslichen, privaten Umfeld. Zusammen mit meiner Kollegin Theresa Locker haben wir recherchiert, was für Menschen in Deutschland Stalkerware benutzen. Uns ist ein Leak zugespielt worden über unsere US-Motherboard-Kollegen. In diesem Leak waren E-Mail-Adressen. Dann habe ich sehr viele E-Mails geschrieben und Leute kontaktiert und sie gefragt, ob sie mit mir über ihre Erfahrungen mit dieser App sprechen wollen. Naja, es ist tatsächlich so, dass der Großteil der Nutzer männlich ist. Ich würde sagen ungefähr drei Viertel zu ein Viertel. Es gibt aber auch Frauen, die das benutzen. Ein Kunde ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Es war auch der erste, der überhaupt geantwortet hat, ob er mir als Journalist irgendwie da mal was zu erzählen will. Und er hat halt einfach nur eine Zeile zurückgeschrieben. Weil ich hatte gefragt, ja wie funktioniert das, wie sind ihre Erfahrungen mit der App? Und seine Antwort war halt einfach voller Erfolg, übermorgen ist die Scheidung. Über 20 Jahre Ehe sind letztlich in die Brüche gegangen, weil er misstrauisch geworden ist. Irgendwann angefangen hat, seine Frau auszuspionieren, indem er auf ihrem Handy dieses Programm installiert hat. Und dann hat er halt herausgefunden, dass sie ihn betrügt und hat dann die Scheidung eingereicht. Sie weiß bis heute nicht, dass diese Software auf ihrem Handy war. Also diese Programme zu installieren ist nur dann illegal, wenn du dir nicht die Zustimmung der Opfer holst. Da reden sich die Hersteller der Apps natürlich heraus. Irgendwo im Kleingedruckten steht dann, ja ne, sie müssen da schon drum bitten, dass sie ihnen die Zustimmung geben. Allerdings werben sie halt total offensiv damit, also FlexiSpy, diese App, die wir untersucht haben oder deren Kunden, die wir uns angeguckt haben, die werben damit und sagen irgendwie tausende Frauen betrügen. Sie werden ihnen nicht die Wahrheit sagen, aber ihr Telefon verrät ihnen die Wahrheit, also es richtet sich dezidiert das Marketing an Fälle von Fremdgehen oder an die Eifersucht von Männern oder Frauen. Das Unrechtsbewusstsein der Kunden, mit denen wir geredet haben, ist nicht besonders ausgeprägt. Also als ich diesen älteren Herren da über 50, dessen Ehe da irgendwie in die Brüche ging, gerade gefragt habe, so ja, wissen Sie, dass das illegal war? Da meint er, ja, ist mir aber egal, ich wollte die Wahrheit rausfinden und das ist viel wichtiger und ich habe ein Recht, das zu wissen, was meine Frau eigentlich treibt. Sie hat mich ja auch betrogen. Und was man halt auch echt nicht vergessen darf, dass es total traumatisch ist für die Opfer, wenn die herausbekommen, dass sie überwacht wurden und ihr Handy zur Wanze umfunktioniert wurde. Eine Frau, mit der meine Kollegin Theresa gesprochen hat, hat zum Beispiel erzählt, dass sie, nachdem sie das erfahren hat, dass sie überwacht wurde, nie wieder mit ihrem Handy am Bett schlafen konnte, sondern jedes Mal, bevor sie sich abends ins Bett legt, nimmt sie ihren Akku raus, nimmt das Telefon, packt das in den Kühlschrank, packt den Akku woanders hin und dann kann sie sich schlafen legen. Seit zwei Jahren. Was ist jetzt, wenn ihr die Vermutung habt, dass jemand eine App wie FlexiSpy auf eurem Smartphone installiert hat? Grundsätzlich gilt, die Installation von Spionage-Software ist ohne die Zustimmung des Überwachten in Deutschland nicht legal. Ihr dürft auch nicht einfach Telefongespräche aufzeichnen, ohne dass euer Gesprächspartner zustimmt. Außerdem braucht man für die Installation von Spionage-Apps in der Regel Zugriff auf euer Telefon. Wenn ihr also eine sichere Pin habt, auf die niemand zugreifen kann, dann ist das schon ein ziemlich guter Schutz. Habt ihr trotzdem das Gefühl, jemand überwacht euch? Dann gibt es eine App namens FlexiKiller, die erkennt, ob FlexiSpy auf eurem Handy installiert ist. Allerdings gibt es noch eine Reihe weiterer Spionage-Apps, die nicht unbedingt erkannt werden. Wenn ihr noch immer unsicher seid, könnt ihr euer Smartphone auch auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Das löscht alle installierten Apps. Ich kann ja nichts mehr dran. sagts Liebe. 呢? ist sagts 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 Untertitelung des ZDF, 2020